Der kleine Ort Haren in den 1940er Jahren. Wie gestaltete sich das Dorfleben in dieser Zeit? Der Film, damals in Haren, porträtiert den Alltag auf dem Land. Könnt ihr euch vorstellen, mit einer solchen Sense ein ganzes Fell zu mähen? Wohl kaum. In den 1940er Jahren sah das anders aus. Zwar kamen schon frühe Mähmaschinen zum Einsatz, mancherorts war aber noch Handarbeit gefragt. Der folgende Dokumentarfilm setzt nicht nur die kräftezehrende Feldarbeit der 40er Jahre, sondern auch den Alltag der Menschen auf dem Land in Szene. Aufnahmen von Josef Spenner dienten als Grundlage für den Dokumentarfilm. Der Amateurfilmer hat das Leben in seinem Heimatort Haren im Paderborner Land über viele Jahre hinweg dokumentiert. So auch während und kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Dorf Haren im Paderborner Land. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges lebten rund 1500 Menschen auf den kleinen und mittleren Höfen. Ganz früh schon lernten die Kinder mit den großen belgischen Arbeitspferden umzugehen. Doch manchmal zeigten diese schweren Kaltblüter richtig viel Temperament und der Übermut tat dem Reiter gar nicht gut. Die jungen Frauen aus Haaren dagegen hatten es im Winter immer schön warm und trocken. Denn dann ging Frau in die sogenannte Nähschule. Hier lernte sie alles, was damals zu einer kompletten Haushaltsführung gehörte. Unterrichtet wurde von den Schwestern des Franziskanerordens. Sie waren erfinderisch und wussten, wie man auch mit wenig Mitteln noch etwas Nahrhaftes auf den Tisch bringen konnte. Doch dann, nach Schule und Arbeit, hatte man auch in Haaren seinen Winterspaß. Im frisch gefallenen Schnee, auf den Wiesen am Rande des Ortes, ließ es sich herrlich rodeln und toben. Ein Lagerfeuer mitten im Winter? Wild Westromantik? Leider nein, der Schein trügt. Die Waldarbeiter mussten ihre Pausenbrote selbst bei Minustemperaturen im Freien essen, ob sie wollten oder nicht. Die Bäume, die sie fällen sollten, standen meist viel zu tief im Wald. Die Arbeit war hart und nicht eben ungefährlich. Wenn der Baum fiel, musste jeder wissen, wohin. Da war es doch angenehmer, die Schwarzbunden zu melken oder ein Schlückchen zu kosten. Dreimal am Tag wurden die Euter per Hand geleert und es war besser, wenn man das bewegliche Ende nicht ins Gesicht bekam. Die Haarener Bauern hatten so drei bis zwölf Kühe pro Hof, je nachdem, wie viel Acker und Weideflächen zur Verfügung standen, um das Vieh zu füttern. Der Dürrkorb-Lastwagen fuhr jeden Tag einmal durchs Dorf und hielt natürlich an jeder Milchkanne. Die holte er ja auch ab und brachte sie zur Molkerei ins Nachbardorf. Als erstes musste geprüft werden, ob die Milch noch frisch war. Jede Kanne einzeln. Nur eine saure Ladung dazwischen hätte viel verderben können. Die Milch wurde ja zur Verarbeitung in großen Bottichen zusammengeschüttet. In diesen Maschinen, Fässern und Zentrifugen wurde die kostbare Flüssigkeit geteilt und neu gemischt, geschleudert, temperiert und wieder abgekühlt, bis Trinkmilch und Schichtkäse und Butter fertig waren. Als Sonntagsbraten wollte es sicher nicht enden, das Schwein, aber es half nichts. Diese Tiere sorgten immerhin für ein bisschen Geld in der schmalen Landwitzkasse. Schweine und die erst circa drei Wochen alten Kälber waren verkauft worden und wurden zu einer Schlachterei transportiert. Normalerweise aber kam der Schlachter ins Haus. An Ort und Stelle wurden Schinken, Wurst und Braten für den eigenen Gebrauch gemacht. Jeder Bauer in Haaren war rundum Selbstversorger. Alle hatten also Vieh und Landwirtschaft. Manche mehr, manche weniger. Genügend Steine gab es auf jeden Fall am Ziegenberg im Thudorfer Wald. Da, wo tatsächlich ehemals Ziegen gehütet worden waren, brachen nun starke Männer den Kalkstein in handliche Brocken. Mit dem Trecker, der im Krieg mangels Dieselöl mit Holzgas betrieben wurde, holten die Arbeiter eine Fuhre nach der anderen aus dem Steinbruch. Im Straßenbau für Häuser und Scheunen brauchte man den Stein. Ganze Kirchen sollen daraus erbaut worden sein. Das Sonntagsvergnügen in den 1940er Jahren. Der Spaziergang im Wald. Ganz fein gemacht und mit der ganzen Familie. Oder doch lieber nur zu zweit? Am nächsten Morgen jedoch, da ging die Arbeit wieder los. Um vier oder fünf Uhr früh aufstehen, das Vieh versorgen, frühstücken, dann aufs Feld. Dann war das Aussehen dran, schön gleichmäßig, mit nicht zu viel Schwung und hoffentlich ertragreichem Saatgut. Denn schon von der Aussaat hing ja die Ernte und damit die gesamte Existenz ab. Doch der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wer im Herbst Kartoffeln ernten wollte, musste im Frühjahr viele Furchen in den schweren Lehmboden auf dem Acker ziehen. Zur Belohnung war schon mal Zeit für ein Pfeifchen. Jede Kartoffel wurde einzeln mit der Hand, nicht zu hoch und nicht zu tief, in die Erde gesteckt. Tage und Wochen dauerte es manchmal, bis die Familie mit ihrem Acker fertig war. Dass alle, auch die Kinder, mitgearbeitet haben, war übrigens ganz selbstverständlich. Genau so selbstverständlich ging die ganze Familie zur Kreispferdeschau. Alle Landwirte aus dem Altkreis Bühren trafen sich hier zu einem großen Fest. Wer Pferde besaß oder sogar züchtete, galt als reich und zeigte sich hier voller Stolz. Pferde sind belastbarer, geschickter und vor allem viel schneller bei der Arbeit als Kühe. Aber eben auch teurer. Viele Hofbesitzer konnten sich nur Kühe leisten. Sie blickten sehnsüchtig auf das eine oder andere Kaltblut, das von feschen Jungs präsentiert wurde und vielleicht sogar hier den ersten Preis bekommen hat. Diese relativ kleinen Tiere konnte sich zum Glück jeder leisten. Gänsehüten, das machten die Kinder einfach am Straßenrand. Keine Gefahr durch fahrende Autos. Zweimal im Jahr wurden die erwachsenen Gänse für molligwarme Bettdecken gerupft. Natürlich nur im Sommer. Auch die nackten Gänse sollten nicht frieren, bis ihr Federkleid nachgewachsen war. Für die Eier und die Suppe waren sie zuständig. Jede Haarener Familie besaß Hühner. Es war ein kinderleichtes Vergnügen, mit den kleinen, weichen Küken zu spielen und sie alle zu füttern. Und wenn es noch so viel war, die Bauern waren froh über jede Fuhre Mist, die auf dem Hof zusammenkam. Die Reste der Schweine- und Rinderverdauung waren der beste Dünger fürs Feld. Die Reste der Schweine- und Rinderverdauung waren der Bühne- und Rinderverdauung waren der Bühne- und Rinderverdauung. Mit einem speziellen Misthaken wurde der Dunk vom Wagen gezogen und erst mal auf kleine Haufen verteilt. Die Arbeit war körperlich wirklich schwer und die Jungs waren anschließend bestimmt froh, wenn sie alles ordentlich verteilt hatten und den strengen Geruch aus der Nase bekamen. Vielleicht war schon das ein Anlass zum Feiern. In Haaren wurde gerne gefeiert und wie man sieht, hatte sich hier eine richtig lebensfrohe Runde zusammengetan. Etwas dezentere Unterhaltung dagegen versprach das Paar am großen Fliegenpilz. Die Kulisse war eine von vielen, die im Dorf für die unterschiedlichsten Anlässe selbst gemacht worden waren. Diese stand manchmal im Wald und dann wieder hatten die Kleinen ihren ersten großen Auftritt davor. Auch ganz ohne Kulisse, einfach so auf der grünen Wiese, hatten die Teenies von damals Gelegenheit, sich näher zu kommen. Tanzspiele machten sowohl Mädchen als auch Jungen gerne mit. Und solche Veranstaltungen waren oft die einzigen, die von den Eltern akzeptiert wurden. Ansonsten musste man zu Hause bleiben und mithelfen. Arbeit gab es immer genug. Da fiel die Wahl nicht schwer. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die Kleider sind als Theaterkostüm in der Nähschule geschneidert worden. Auch für die Kommunion wurde selbst genäht. Ganz stolz waren die Jungen auf ihre Matrosenanzüge. Die waren damals groß in Mode. Die kleinen Mädchen trugen voller Stolz ihre blütenweißen Kleidchen und die Blumenkränze im Haar. Musik Ein sogenanntes ZDF für funk, 2017 Ein sogenannter Fürengel begleitete die Kinder zum Altar. Hier bekamen sie ihre erste Hostie, die Oblate. Damit waren sie vollwertige Mitglieder der Kirchengemeinschaft. Streng getrennt von den Jungen kamen die Mädchen später an die Reihe. Jeder hatte sich genau an diese Ordnung zu halten. Dafür sorgte der sogenannte Kirchenschweizer. Es wurde nicht aus der Reihe getanzt, da passte er auf. Manche bekamen seinen Stock zu spüren. Dennoch haben sich alle an die Spielregeln gehalten und die Kirchen waren voll. Man war ja katholisch, also ging man zur Kirche und nahm an allen kirchlichen Festen teil. Sie teilten das Jahr ein. Und dort konnte man Bekannte treffen, die man vielleicht lange nicht gesehen hatte. Ohne Telefon, E-Mail oder Auto waren Entfernungen viel schwieriger zu überwinden als heute. Das sieht so ähnlich aus, ist aber kein Weißer Sonntag, keine Kommunion. Das ist eine Prozession. Das ganze Dorf war auf den Beinen und bildete einen langen Zug durch das Dorf. Man betete und sang zur Ehre Gottes. Prozessionen gab es viele, denn fast alle Einwohner waren katholisch. Die ersten Protestanten kamen erst während des Zweiten Weltkriegs nach Haaren. Heute werden noch alljährlich fünf Prozessionen durchgeführt. Es gab und gibt die Mai-Prozessionen, die Prozession an Christi Himmelfahrt, an Fronleichnam, am Dreifaltigkeitssonntag und die Vitus-Prozession. Auf diesen Ehrenbogen waren die Dorfbewohner besonders stolz. Schließlich war er mit viel Liebe zum Detail selbst gemacht worden. Den Segen Gottes brauchten die Haarener natürlich auch bei jeder Hochzeit. Eine Heirat nur auf dem Standesamt und nicht vor dem Pfarrer, das war undenkbar. Und alle aus dem Dorf kamen hinzu, je nachdem wie beliebt man war. Viele Bräute heirateten damals in schwarz, das war einfach modern und schick. Aber nach und nach wurde weiß die Farbe für Hochzeitskleider. Und der Bräutigam ging in Uniform, es war ja immer noch Krieg. Die Kinder balgten um Bonbons, eine seltene Köstlichkeit. Und dann der Brauch. Das Paar verlangte Einlass zu Haus. Mann und Frau mussten sich einen Schnaps teilen, das Glas zerschmettern und dann einen gebackenen Krängel brechen. Wer das größere Stück behielt, hatte angeblich in der Ehe die Hosen an. Auf eines aber mussten viele Brautleute verzichten, die Kirchenglocken. Erst 1947, also zwei Jahre nach Kriegsende, wurden die drei neuen Glocken ins Dorf gebracht und mit einem großen Fest eingeweiht. Einige Jahre hatten sie überhaupt nicht geläutet. Die alten Glocken waren im Krieg, als das Material knapp geworden war, für die Rüstungsindustrie abgeholt und eingeschmolzen worden. Aus den schweren Klangkörpern, die jeden Tag vor den Gottesdiensten geläutet worden waren, wurden Geschosshülsen und Granaten angefertigt. Jetzt hatten die Arbeiter ihre liebe Not, die neuen, 12 und 24 Zentner schweren Glocken in den Turm zu ziehen. Die Königin des Friedens, St. Vitus und St. Mainolfus, fanden im Haarner Glockenturm nach und nach ein neues Zuhause. Für die eigenen vier Wände brauchte man auch damals schon Fachleute. Zimmereibetriebe zum Beispiel hatten eine solch große Bauholzsäge. Auf dem Schlitten schob man die ganzen Baumstämme am Sägeblatt entlang. So entstanden die langen Balken, die für den Hausbau gebraucht wurden. Fachwissen mussten die Arbeiter auf jeden Fall auch haben. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden. von Barbie-Betitraum auf jeden Fall oder mit einem richtigen Weg gewartet. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden, und das letzte Mal lapen sei es so wichtig. Und dann bin sie bei mir like geplante. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden. Mit Enlighten ist also keine Geplante. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden. Die geplante Scheune sollte ja richtig stabil werden. Leute diese geplante ja richtig stabil werden. Von den Schlitten in der Schlitten aus der Sägellt, von einem Wasser und Sonnenstadt zu sein Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn man so weit vor der kalten Jahreszeit gekommen war, hatte man es fast geschafft. Spätestens jetzt waren zusätzlich Nachbarn und Freunde willkommen. Sie sollten tatkräftig Hilfe leisten. Und das taten sie meist. Schließlich konnten sie ja nicht wissen, wann sie Selbsthilfe benötigten. Irgendwann brauchte fast jeder mal fleißige Hände für eine neue Scheune oder einen anderen Anbau. Und dann die Zeit der Ernte. War das Getreide wirklich reif? War der Roggen auch gut geraten? Hatte sich die ganze Arbeit gelohnt, die im Laufe des Jahres auf dem Feld getan worden war? Das Pflügen, Säen, Pflanzen und Düngen, alles war Vorbereitung für die Ernte gewesen. Und jetzt sollte es sich zeigen. Mit der Sense zu mähen, das war die mühsamste Art, das Korn zu schneiden. Und auch die Gaben einzeln mit Stroh umwickeln und zum Trocknen aufstellen, war schwere körperliche Arbeit, die dennoch viel Gefühl erforderte. Zum Glück brachte die technische Entwicklung nach und nach passende Maschinen auf den Markt. Der sogenannte Balkenmäher zum Beispiel stellte eine enorme Erleichterung dar. Auch wenn es nicht so aussieht, als ob es dadurch wesentlich schneller gegangen wäre, der Bauer war zufrieden. Denn zusätzlich zum Schnitt wurden die Garben immerhin schon portionsweise gesammelt und ausgeschüttet. Bei der Ernte blieb man den ganzen Tag auf dem Feld, machte hier Pause und bevor man sich selbst ausruhte, wurden die Tiere versorgt. Als Traktoren ins Spiel kamen, änderte sich die Arbeit enorm. Es wurde zwar noch getüftelt und probiert, nicht jedes Mähermodell war gleich gut und bedienungsfreundlich, aber von nun an gaben, zumindest beim Mähen, die Maschinen den Arbeitstakt vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Ungetüm, diese riesen Dreschmaschine, aber leistungsstark. Man musste nicht mehr selbst mit dem Dreschpflegel auf das Getreide einschlagen. Die Maschine trennte Spreu von Weizen oder Roggenkorn. Sie wurden in Säcke verladen und dann konnte endlich der Erntehahn aufgehängt werden. Er war Startzeichen für fröhliche Feste und ein wenig verdiente Erholung auf den Höfen. Vor rund 60 Jahren wurden alle diese Bilder gedreht. 60 Jahre, das ist nur ein winziger Moment in der Geschichte, aber in der Erinnerung eines Menschen sind 60 Jahre fast eine Ewigkeit. Diese Aufnahmen entstanden im Sommer 1939. Die jungen Leute ahnten nicht, wie kritisch die politische Situation wirklich war und wie lange es solche und andere Vergnügungen nicht mehr geben würde. Rosen schießen war nur ein Spaß, man amüsierte sich einfach, wie jedes Jahr, wenn Kirmes war. Die Kleinen fuhren stolz ihre ersten Runden und auch die Großen erlagen dem Reiz der bunt bemalten Pferdchen. Musik 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 Von den Exotischen wieder zu den heimischen Tieren. Die starken Rückepferde beherrschten nämlich auch richtig gute Kunststücke. Wie hätte man sonst die Baumstämme als Ganzes aus dem Wald gekriegt? Einen ganzen Tag brauchten die Arbeiter manchmal nur für das Aufladen und den Transport der langen, schweren Stämme. Ein gutes Beispiel für den damaligen Zeitgeist, denn die Welt drehte sich zwar nicht langsamer, aber das Arbeits- und Lebenstempo war ganz anders als heute, nicht nur in der Landwirtschaft. Musik Hier können wir den vielen kleinen Arbeitsschritten eines Stellmachers zusehen, wie er aus dem Holz, das eben noch im Wald war, ein großes Wagenrad herstellt. Musik 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 Rillen werden gefräst, Löcher gebohrt und dann zu einem Schlitz verbunden, damit man eine Speiche hineinstecken kann. Musik Musik Radteile werden gesägt und passend gehobelt. Musik 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 So aufwendig war es damals, ein kleines Loch für eine Eisenbuchsehne das Holz zu drehen. Ohne computergesteuerte Maschinen brauchte man eben zwei Männer mit Muskelkraft. Dagegen war die Arbeit in der Weihnachtswerkstatt das reinste Vergnügen. All die zukünftigen Geschenke, die hier entstanden, erinnerten ja schon während des Arbeitens immer ein wenig an die schönsten Tage des Jahres. Schaukelpferde und Puppenwagen, das waren schon die größeren Geschenke, nur für Familien, die es sich leisten konnten. Für mindestens zwei bis drei Geschwisterkinder musste das Spielzeug reichen, Stabilität war höchstes Gebot. Und damit dem Pony beim Toben nicht der Schweif abfiel, wurde auch er fachgerecht befestigt. Immer wieder wurden neue Motive und Formen entworfen, denn schließlich standen auf den Wunschzetteln der Kinder ja auch ganz verschiedene Dinge. Aber erst musste noch die Sache mit dem Nikolaus und seinem schwarzen Knecht hinter sich gebracht werden. Gespannt warteten alle darauf, was der Nikolaus in diesem Jahr wohl in sein dickes Buch geschrieben hatte. War man artig gewesen? So genau wusste man das selbst gar nicht mehr. Aber es war fast immer alles gut. Die beiden Wintergesellen bekamen ein Ständchen zu hören und dann, ja, dann wurde zu Hause Bescherung gefeiert. Die Geschenke waren in den Kriegsjahren nicht gerade üppig, aber es wurde trotzdem oder gerade deshalb sehr viel Wert auf ein schönes Weihnachtsfest gelegt. Zum Jahresausklang gab es auch damals schon traditionell einen Silvesterball. Die Stimmung auf dem Parkett war gut, wenn auch wohl jeder hoffte, dass das kommende Jahr besser würde als das vergangene. Aber sechs lange Jahre sollte es dauern, bis der Friede in Deutschland wieder einzog und man endlich wieder unbeschwert leben konnte. Demo war genau das wanted. Der Fest Untertitelung des ZDF, 2020